Hallo Leute, willkommen zu der neuen Runde Sky Wars auf dem Web Western und ich habe schon lange nicht mehr Sky Wars gebracht, Leute wollte ich einfach nur ein Thema ansprechen, und zwar habe mir die Begummi-Server einfach mal zwei Monate Premium gesponsert damit ich besser aufnehmen kann und ich habe einfach mal angefragt und die haben mir das einfach mal gegeben und das finde ich ziemlich nett, danke noch mal Gamma-Erdeckung nett, dass sie mir einfach so Premium holt und ja, dafür wollte ich einfach mal Danke sagen und dann, das war es eigentlich schon was ich ansprechen wollte und das Spiel mit dem Kid Attentator ruhigens, okay, da brauche ich den rüber, so, okay, dann haben wir, nice, der hat ein bisschen rumgeleckt, aber da können wir nichts für, Ich hätte gerne noch ein paar Items, nice, da ist noch harnisch rum Wir wissen schon ganz, dass es okay gibt Da ist Essen Ich friere übrigens mit dem Sasch-Speed Infinity Pack Ich will mir jetzt eigentlich nicht die aufnehmen versauen und probiere das jetzt lieber nicht So, kann man zu schnell bauen, ich weiß es gar nicht, kommt mir manchmal so vor Kann ich schauen, ob ich es schaffe, nice Okay, ich weiß nicht, ob wir den schaffen Äh, wird schwer Äh, vielleicht Nice, den haben wir Oh, der hat er verlieren Und 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 dann haben wir auch Oder? Nice, den nennen wir auch Intense Runde Boah, ist die Runde Intense LOL Ja, cool, Leute, wir resieren grad ein bisschen hart Jetzt leben wir uns drei Spieler Na, ist die Runde nicht sogar schon vorbei Okay Ist eigentlich ganz schön schnell gelaufen So Da ist der Helm, das halte ich mir verlieren Jetzt haben wir die besten Voraussetzungen, um zu gewinnen Und Jetzt brauchen wir uns einfach mal zu den Gegner hin So Ja komm, wir machen das einfach zu auf die Feige Art, aber Keine neuesten haben wir Und Den haben wir auch Leute, ich würd sagen Das war's mit der Runde Skywars und Wir sehen uns dann im nächsten Video und Ciao